heute folge von township weiter geht's ja hier war ich natürlich wieder fleißig wenn frisch 29 moment hat schuss aus einer fühlt sich anlass Er... Ah, mal. Das ist ein Blower. Ich weiß, die Pum ist nicht mehr. Was ist das? ja so das museum ist fertig heißt wenn wir sind finden wir ja ich könnte auch mein schiff endlich hier machen aber bräuch 8000 ich hab mir 4.100 ich hab ich die häuser dazu nichts neues und weiter blieb und immer wieder in den mien ein bisschen nicht was finden aber schon erst gesagt dass die erste das kann man erst dann finden wenn man das museum hat das erz war gut versteckt nicht schlecht Geh nix Auch nicht schlecht Ich bin ein Prüfer, das ist ein Goomba. Ich will den mitnehmen. Scheiße. Ich will den eigentlich mitnehmen. Ich will den 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 mitnehmen. Noch ein bisschen. Oh. Ist dir unter was versteckt? Auch? Nein da nichts. Nimm mal den. Da müsste ob hier was drin ist. Okay. hochgemacht wenn man voll ist Ich bin aber auch wieder in Taunzeilen. Bahnflöte. Aue Loth. Wie ihr seht, gibt's da ordentlich was zu finden. Aber wir sind jetzt bei einer noch ganz oben. Bei Zwittrieb sind wir ja auch noch. Ach komm, die Stirn, die nerven mich. Zack, weg damit. Oh, das heißt es wieder für mich hier, ne? Warte. Wie was fällig ist. Das vergisst man sehr leicht. Ich darf eine Reihe machen, weil wächst der viel schneller. Eine Minute oder zwei Minuten? Zwei Minuten ist ja nichts. Zwei Minuten ist ja nichts. Nein, sonst muss ich jetzt wieder warten, wie das fällig ist. Nein, dazu glaubts auch, ne? Halbe Stunde? Eine Stunde? Eine Stunde? Heißt nur fünf Stunden. Fällig sind. Ah. Ja. Deswegen brauch ich auch Mais, genau. Vergesst du. Überraschst du. Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Folge... mit Finish-Up... ...kann ich mir die erste Insel besuchen... ...kann ich mir die erste Insel besuchen... ...kann ich mir nebenbei auch ein bisschen Geld machen. Aber erst mal die Kohle zusammenhaben... ...dauert noch ein bisschen... ...noch dreinhalbtausend brauchst du nicht viel. Naja. Meint... Ok, Leute, wie wir sagen, das war's nicht für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge... ...Townstück wieder. Dein Schülmittel.